Hallo Ritter des Steins und Willkommen zu einer weiteren Folge aus meiner Burg. Heute wende ich mich doch mal meinem Sorgenkind zu diesem Turm. Ich habe mir nämlich was überlegt, wie ich das jetzt umbauen möchte und ich habe diesen kompletten Turm jetzt noch mal neu gebaut und ich werde euch jetzt so Schritt für Schritt zeigen, was sich da auch geändert hat. Aber als erstes nehme ich den dann raus und ich kann euch schon mal sagen, es wird mehr Umbauarbeiten geben. Denn hier drüben, das Tor, das hier wird auch leicht verändert und auch dieser Übergang da drüben, der ja nicht passt, worauf ihr mich auch hingewiesen habt in einem Video, dass da der Durchgang gar nicht passt, dass hinten dran das ja versperrt ist mit dieser Tür, das kommt auch komplett weg, wird überarbeitet. Das heißt, das hier wird auch eine neue Front bekommen und dann wird auch dieser Turm hier überarbeitet. Aber ich würde sagen, ich fange jetzt an das umzubauen und zeige euch dann die einzelnen Schritte. So, dann nehme ich euch doch mal mit auf den ersten Bauabschnitt. Ich habe dieses untere Stockwerk jetzt ausgetauscht und wie ihr seht, ihr seht nichts mehr. Ich habe die Treppe nämlich komplett rausgenommen, habe da jetzt hier im Prinzip nur noch die Tür, dann den Durchgang in dieses Gebäude, aber ansonsten da jetzt keine Treppe mehr. Das liegt daran, dass ich mir nämlich überlegt habe, wir sehen es hier, ich habe hier nämlich zwei Stützen. Ich werde die Treppe außen am Turm entlang führen. Die wird quasi hier es dann hoch führen später und deswegen muss ich auch hier umbauen, weil ich habe ja hier nirgendwo mehr Platz, um eine Treppe hochzuführen. Ich habe mir dann überlegt, ich vergröße einfach dieses Turm, mache es ein bisschen breiter, so dass es hier einen Weg darüber geben wird. Also wir haben hier quasi oben drüber nochmal einen Weg, auch über dem Tor dann und man kann dann quasi von da oben hier in diesen Turm reinkommen. Es gibt dann natürlich keine Verbindung von diesem unteren Stockwerk zu dem oberen Stockwerk, keine direkte, finde ich jetzt aber auch gar nicht so schlimm. Und ich würde dann quasi hier oben eine Tür hinsetzen, über die man dann halt hier Zugang hat. Deswegen habe ich jetzt hier zum Beispiel auch dieses Eck hier noch erweitert, einfach um dann hier quasi so einen Übergang machen zu können. Aber ich würde sagen, ich baue jetzt mal weiter mit dem zweiten Stockwerk und zeige euch auch da, was sich geändert hat. So, und auch das zweite Stockwerk, der zweite Teil ist drauf. Wenn wir reinschauen, auch hier habe ich jetzt nichts drin, das ist jetzt einfach nur wieder quasi eine leere Fläche, die ich befüllen kann, weil die Fläche ja eh schon zu klein war, dieses Okus. 8x8 und was wir halt auch sehen, ich habe hier Fenster rausgenommen. Wir haben nur noch an dieser Seite und an dieser Seite ein Fenster, aber die obere und die Seite hat kein Fenster mehr, weil auch hier jetzt natürlich dann die Türe ist, der Zugang ist. Und wir sehen auch hier, die habe ich ja vorhin schon gezeigt, vom unteren Stockwerk, das kait dann hier diese Treppe weiter, geht dann hier ums Eck und geht dann hier noch hoch und wird dann hier oben noch einen Zugang machen. Das heißt, auch das obere Stockwerk wird überarbeitet und wird auch gleich wieder draufgesetzt. So, das hat noch keine Tür, mir sind die Teile für Türen ausgegangen. Glaubt es nicht, ich habe hier so viele Teile, aber ich habe keine Teile mehr für eine Türe. Deswegen stellt euch diese Türe vor, da wäre dann eine drin, hat dann quasi von hier vorne Zugang. Und so kann ich hier eigentlich auch mein ursprüngliches Vorhaben realisieren, nämlich, dass ich hier unten quasi wie so eine Schreibstube reinmache. Ich habe da jetzt ja auch Wandfläche, könntet ihr irgendwie einen Tisch, so eine Schreibstube halt einfach reinmachen und hier oben dann irgendwie sowas wie ein Vogelkäfig, damit dann die Vögel da rausgelassen werden können. Soweit dazu. Ich setze jetzt noch das Dach drauf. Ja, also beim Dach hat sich nichts getan. Das habe ich jetzt einfach mal noch so übernommen. Weil ich gedacht habe, das mache ich jetzt noch nicht. Das ist der nächste Schritt. Ich habe jetzt eh hier schon so viel umgebaut. Aber jetzt seht ihr einfach mal, wie dieser Turm verändert aussieht. Und was jetzt halt am Turm noch fehlt, ist natürlich der Weg hier, also die Treppe. Das setze ich jetzt noch dran und dann wird es natürlich noch dran gehen, die hinteren Teile auch noch zu überarbeiten, das Tor und diesen Weg. Also bis gleich. So, die Treppe ist dran. Und auch diese Treppe ist auch wieder modular. Das heißt, ich könnte jetzt also dieses Stück hier, könnte ich einfach rausnehmen. Genauso wie dieses Stück könnte ich einfach rausnehmen. Aber ich wollte es euch jetzt eigentlich erst mal zeigen, wie das jetzt hier aussieht mit dieser Treppe. Ich finde, das passt sich eigentlich gut so ins Gesamtkonzept ein, wenn man es auch so von weiter weg anschaut. Aber, sagt mir in jedem Fall, schreibt mir in jedem Fall, wie ihr das findet, ob ihr das jetzt eine gelungene Lösung findet oder auch nicht. Aber jetzt machen wir hinten noch weiter, weil noch endet der Weg ja im Nichts. Das heißt, da muss auch noch was gemacht werden. Ich zeige euch jetzt hier gerade erst aber nochmal das Tor, wie es jetzt aussieht. Dann baue ich das um und zeige euch, wie es danach aussieht. So, das Türchen ist nun auch gebaut. So sieht es jetzt von innen aus. So würde es dann von außen aus sehen. Jetzt brauchen wir noch einen Fokus. So sieht es dann von außen aus. Von oben. Also ich habe jetzt hier wirklich Wert drauf gelegt, auch nochmal ein bisschen Unterschied reinzubringen zwischen Stein und Holz. Weil ja auch die Treppe am Turm aus Holz ist. Und das soll sich jetzt hier auch fortsetzen. Ich habe auch gleich schon an dem Gebäude diesen Durchgang überarbeitet. Aber ich baue jetzt das hier einfach ein und dann zeige ich euch das gesamte Ergebnis. So, da ist es auch schon eingebaut. Sehen jetzt hier, ich habe die Wand zugemacht. Es ist noch ein bisschen unschön, dass man das hier so sieht. Wahrscheinlich werde ich das nochmal überarbeiten und hier diese Mauer komplett hier hochziehen. Also diesen Slope ein bisschen weiter vormachen und dann hier zumachen. Weil diese Zinne ist hier so eher auch unnötig. Aber ansonsten geht es hier weiter mit den Zinnen. Und man hat jetzt hier wirklich so richtig schönen Weg, wie man von hier darüber laufen kann. Ich zeige das jetzt am besten vielleicht auch nochmal von oben. So sieht das jetzt dann halt aus. Und wenn man auch von weiter weg schaut. Ich finde, das sieht eigentlich sehr stimmig aus, so wie jetzt diese Wegführung ist. Wie das auch mit diesem Turm aussieht. Aber natürlich sagt mir eure Meinung. Sagt mir, wie ihr das findet, was ihr davon haltet. Geht dann gleich auch nochmal auf die andere Seite und zeige euch auch nämlich, wie es von da noch aussieht. Was ich auch noch nicht gemacht habe ist, wenn man da jetzt genau hinguckt. Man sieht halt, man sieht es jetzt nicht so, dass ich den Fußboden ja auch noch anpassen muss. Der passt jetzt nicht, weil es einfach nur oben drauf steht. So, das ist jetzt auch noch die Sicht von der anderen Seite, wie jetzt dieser Durchgang aussieht. Man sieht auch hier, der Boden ist natürlich noch nicht angeglichen. Aber ich finde, es sieht auch eigentlich ganz gut aus. Also so richtig wieder mehr wie Burg, dass es wirklich auch nochmal so abgegrenzt ist. Dann oben auch nochmal mit diesem Zinn, quasi nochmal so einen kleinen Wehrgang, um da auch noch mal zu verteidigen zu können. Aber wie gesagt, sagt mir doch einfach eure Meinung dazu. Und somit bleibt mir dann nur noch zu sagen, gehabt euch wohl, edle Ritter des Steins. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.